Bundes-Trainer Joachim Löw sieht die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland 8. Juni und gegen Estland 11. Juni keineswegs als Selbstläufer an. Die jetzige Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern, so Löw, ist noch nicht so gefestigt. Diese Stabilität und dieses Selbstbewusstsein müssen sich erst noch entwickeln, Löw fehlt der deutschen Mannschaft bei den Spielen wegen den Nachwirkungen eines Sportunfalls. Das Interview wurde vor seinem Klinik-Aufenthalt geführt. Er wird bei den Spielen in Borussia und Mainz von Co-Trainer Markus Sock vertreten. Ein deutliches Lob gab es für Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich. Seine Giftigkeit, Aggressivität und defensive Denkweise haben uns vorher etwas gefehlt, sagte Löw. Hoffnung machte er erneut dem Dortmunder Mario Götze, der zuletzt nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er in der zweiten Saisonhälfte wieder einen sehr durchtrainierten Eindruck macht. Er bleibt in unserem Blickfeld, sagte Löw. Let's block it's. Why? We are€' blöken. bravery Lapera